Der Frontside 180 Kickflip ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Kombination aus Frontside 180 und Kickflip, die die praktische Grundlage für diesen Trick darstellen. Die Fußstellung ist eine Mischung aus Kickflip und Frontside 180. Dein Hinterfuß steht seitlich auf dem Tail, während sich der Vorderfuß leicht schräg kurz vor den Schrauben der Vorderachse des Boards befindet. Wie beim 180 ist auch hier das Schwungholen und Eindrehen der Schultern in die Bewegung äußerst wichtig. Dein Hinterfuß schiebt das Tail ebenfalls nach vorn, um die 180-Drehung zu unterstützen. Die Längsdrehung wird durch die Kickflip-Technik erreicht, indem du die Fußspitze des Vorderfußes leicht schräg über die Nose hinausziehst. Ein hilfreicher Tipp ist hierbei das Landen auf der Vorderachse, damit man die 180-Drehung kontrolliert beenden kann. Tipps Bis zum nächsten Mal.